Hi, wir sind David und Clemens Teil von der Firma Outbrother und wir sind vom 14. bis zum 22. Oktober wieder auf der Info mit unseren geilen Tischen auf der Lebensart in unserer Stadt. Also, kommt vorbei, lasst euch von diesen schönen Tischen und Karten inspirieren, wir freuen uns auf euch. Bis dahin, ciao!